logitech volvic und xiaomi was machst du denn da ich bin vorhin rumgefahren auf einmal kam so ein creeper und hat mir einfach den reifen weggesprengt deswegen muss ich den scooter wieder auf vanille bringen ok schade ist aus scheiße deswegen zeigen wir euch heute mal bevor wir anfangen hast du den creeper entfernt der ist explodiert ja aber manchmal kommen die zu zweit sicher aus meinem batteriefach geguckt nicht dass da noch ein creeper drin ist ok das entfernt das ja so zeigen wir euch mal wie man mit dem ipad bzw mit dem ios gerät den scooter wieder auf schokolade vanille runter patch dafür müsst ihr erstmal den scooter verbinden du hast gerade ausgegangen das timing timing hat er natürlich wieder hier kennt er alles schon bereits aus der kennungswertung genau dann geht hier auch select files was muss ich jetzt aussuchen haben wir jetzt schon jemand vorbereitet für die zuschauer stimmt bevor ich halt sage die vanille software motorgeladen hat nicht funktioniert weil die für den pro 2 war ich glaube nicht so weit reicht stopp wie sagt die die vanille software war für den pro 2 da mussten wir wirklich in die einstellung rein und den auch den 1s zurückpatchen müsst ihr nicht machen wir werden doch mal stehen also ich habe nervösen darm das müsst ihr jetzt nicht mal mit tun alles hochladen dann müsst ihr einfach nur das machen was ich nämlich jetzt auch machen die ganze einmal war scheiße braucht alles gar nicht mal auf der scooter und vielleicht schon einfach die vanille wie gesagt ich tue wir dann mal euch hochladen und dann müsst ihr einfach nur auf so treffen auf den strom und dann funktioniert das schon genau dann funktioniert das schon ist das gebiet und dann habt ihr schon den scooter vanillig gemacht ja kann sein der war ich jetzt ein bisschen der hat wir gerade schon drauf geladen deswegen kann sich zwei männer die gleiche sachen dann spinnt das irgendwie ist alles da rein ja wir laden uns alles jetzt da rein und dann könnt ihr einfach runterladen wir zeigen euch wie das funktioniert es wird funktionieren falls fragen sind wie immer in der kommentare kann ich jetzt einfach hier zum beispiel für so ein laptop aufmachen und hier so einen kommentar schreiben so mit fuß so genau dann war ich dazu abgesendet mit fuß besser ein kommentar und wie leid das alles klar aber ich sagen sehen wir uns im nächsten video freunde gesponsert von msi doch tatsächlich von milky way auch nicht scheiße und ich die alle bezahlen ja okay dann sind nächstes mal freunde lasst euch nicht vom creeper erwischen denkt dran ihr kommt mit dem schild blocken